Heute begrüße ich Sie aus Kroatien. Unser Ausgangshafen befindet sich in Pula. Die Marina Veruda bietet jene Annehmlichkeit, die Sie im Urlaub wünschen. Heute sind wir hier, um Ihnen drei niegelnagelneue Bavaria 37 zu präsentieren. Voller Vorfreude auf die neue Saison wird nicht nur auf und unter den Schiffen gearbeitet, selbstverständlich muss auch die neue Ausrüstung ausgepackt, sortiert und verladen werden. Tüchtiges Treiben hier bei uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017